Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Part Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sind hier 2A und weiter geht's mit Dixie. Ja, 4 Level haben wir geschafft. Finde ich sehr gut, finde ich super, toll. Und wenn wir jetzt nicht wirklich großartig lange brauchen und einfach nur... Ja, es reicht schon, wenn wir in Ordnung spielen, ja? Muss jetzt nicht der überkrasseste Skill hier sein. Denn schaffen wir auf jeden Fall die Welt noch fertig. Ich bin gesprungen, danke schön. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Das ist super. Freut mich. Das, was ich gerade eben gesagt habe, einfach nur, ja, komplett für den Arschbar. Ja, guck mal, da oben müssen wir nicht hin. Das müssen wir... können wir alles hier... auslassen. Mann! Mann! Das Gute ist, wir kriegen dann mal das Leben wieder. Außer wir sterben davor, aber komm, ich mein... So schlecht bin ich jetzt nun auch nicht. Zack! Okay. War doch jetzt nicht so schwer, oder? Ich glaube nicht. Oh, verdammt, ich habe einfach so gedrückt. Ich wusste nicht, dass es sich bewegt. Ich glaube, das ist ein Checkpoint, eigentlich. Äh. Oh mein Gott, das war nicht geplant, dass ich den überspringe, aber... Nein, 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 hoch! Oh mein Gott! Hoch da! Weg hier! Äh... Verdammt! Richtig anstrengend! Nein, das auch noch. Nee, he he. Oh, ich hasse sowas, Mann. Und der noch im Hard-Mode. Jo, wahrscheinlich. Nein! Hoch, 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 bitte. Nein! Scheiße. Okay, da habe ich das, äh, N, endlich mal geholt. Und, das war knapp. Jetzt kommt noch diese Passage. Und da ist das G. War jetzt nicht so schwer. Oh, ja gut. Egal. Ah, hier war doch, wo das ganz eng war, war doch das Puzzleteil zwischen. Ne, ne, doch nicht. Okay. Oh, 15 Münzen. Yes. Ist sogar ganz in Ordnung. Ganz nice, ja. Kann man mit Leben auf jeden Fall. So ist es nicht. So, weiter geht's mit 2b, denn. Handkäs mit Ratzfatz. Oder so. Irgendwie. Hä? Handkäs mit Ratzfatz? Ja. Ja. Gut. Wenn die wollen, dann. Wollen die das halt so, ne? Kann man nichts machen? Ich glaube. Ach, ne. Ne. Boah, so knapp. Ah, nein. Sag nicht. Raketen. Nein. Oh, shit. Das könnte anstrengend werden. Das Gute ist halt, ich muss nur... Ja gut, ich muss K&G sammeln. Das ist schon schwer genug. Ich muss halt nicht auf die Puzzleteile achten. Was es halt um einiges leichter macht. Bloß ich weiß noch nicht mehr... Boah, wo die... Ähm... ...Buchstaben sind. Irgendwo war doch eins richtig fies versteckt. Also nicht wirklich versteckt, aber... Irgendwo... Direkt... Scheiße. Da war auf jeden Fall das End. Boah. Wieso? Warte, wie mache ich das jetzt? Muss ich da ganz hoch und den ganz runter? Oder muss ich unter den durch? Geht das? Ich weiß es nicht. Mann! Ich verstehe es nicht. Oh man, das Level ist kacke. Oh nö. Und das ist immer knapp. Da springen wir auch immer einfach wieder so... Boah, rein. Rauf. Hin. Was auch immer. So, jetzt... Aufpassen. Nicht ganz unten, aber auch nicht ganz oben. Er verheckt. So, wieder runter. Kann man natürlich auch hoch. Muss man für den Puzzleteil. Aber wir gehen natürlich unten lang. Egal. Aufpassen. So, jetzt. Aufpassen. Aufpassen. Aufpassen, 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 aufpassen. Schade, das habe ich nicht geschafft Ist jetzt aber auch nicht so schlimm Alter, das ist so knapp Es ist halt verdammt knapp Oh nein Oh, was weiß ich denn, wie das war Oh nein Das ist so knapp Wo ist das Geh? Da ist das Geh Ja Oh shit Das hat mich noch fast getroffen Ich weiß nicht Ich weiß nicht, was Ich habe es auf jeden Fall geschafft, Mann Und hier ging es doch nach rechts rüber, ne? Kann ich mir auch noch dran erinnern Ach, eine Minze Hätten wir lieber mehr erhofft Hatte ich mir Ja gut Ja gut Habe ich gesagt, dass das Level schwer ist? Nein, habe ich nicht Oder habe ich das doch gesagt? Ich weiß es nicht Ich glaube aber nicht Auf jeden Fall war es Es war Anspruchsvoll Ja Das kann man denke ich mal so sagen Wo war ich jetzt? 2,5, ne? 2,5 Ich weiß nicht, aber ich glaube es war nicht schwer Das war jetzt wirklich nicht so schwer Ja, wollte ich jetzt haben Kommen wir mal wieder? Ja Tatsächlich Okay Ja, wie gesagt Ist wirklich jetzt nicht schwer Bis jetzt Ich weiß nicht, was da noch kommt Und alles Hey, was jetzt? Achso, logisch Ich habe nur das K Oh, ich kann mir vorstellen, dass hier gleich Ja War ja klar Er war aber nicht schwer Ah, hier war doch das Bonus war es, ne? Da oben Boah, bis ich das gefunden hatte Das war schwer Das war echt nicht leicht zu finden An was man sich noch erinnert Hätte ich nicht gedacht Was gibt es hier noch so schönes? Oh, das ist eine Münze Und ja, mal gucken Ja, geschafft Und jetzt kommt diese Stelle Ganz kritisch Ganz kritisch Eigentlich nicht Muss ich da wirklich hoch? Oh Gott Ja Super Durch Alle durch Oh Gott Ah, ich hab's Ich hab's Okay Hier ist Ende Krass Oder? Nein, noch nicht ganz Da ist Ende Oh Mann Ich komm auch nie Richtig rein Da Die Zeit sagt, es ist noch Zeit Also Haben wir noch Zeit Ja Das ist doch gut Total Super toll Also das nächste können wir Wimmel, wammel Das nächste können wir auf jeden Fall noch machen Das nächste ist noch drin Dann mal gucken Also wie lange ich jetzt hierfür brauche Mal gucken Und dann entscheide ich spontan Ob ich dann doch noch das Boss Level mache Wobei Dafür brauche ich wahrscheinlich Ein bisschen länger wieder Wahrscheinlich, ja Musste ich nicht nach oben einfach nur? Ja Das Puzzleteil wahrscheinlich Bimmelbammel Was war denn das? Ach so Das war Ich lass doch noch los, weißt du Jo, was schweig nicht Nein, jetzt hab ich 98 Leben Oh mein Gott Zerstört, Alter Mein Leben Zerstört Und da ist wieder die 99 Ja Ist jetzt echt keine große Sache Ich hätte mir das tatsächlich irgendwie Schwerer vorgestellt Auch schon die Paar ersten Level Und ich meine Ich schneide ja jetzt nicht jedes Level Und wenn ich im Level schneide Ja, dann schneide ich auch nicht So Ja, dann schneide ich dahin, wo wir schon waren Meistens Ich meine sonst ist Das werde ich ja nie fertig Das ist auch so die Sache Ist vielleicht nicht denn Ist vielleicht doch nicht das schwerste Aber Irgendwann fertig werden will ich denn doch schon mal Wir haben zwar noch nicht die 30 Parts geknackt, aber Naja, der Der eine Der geht ja auch Die meisten gehen ja auch immer so lange Denn Also Einer geht da schon über 40 Minuten Das weiß ich gerade so Spontan Aus dem Kopf Die meisten gehen dann halt so Auch schon über 30 Obwohl ich sie eigentlich so 25 wollte, ne So Zwischen Ja, schon so Rum 20 25 Höchstens Allerhöchstens 30 Scheiße Aber das war eigentlich schon 30 sollte Eigentlich eher Eher weniger Und jetzt sind eigentlich fast alle schon so Ist natürlich auch kein Wunder, dass wir noch nicht bei der 30 angelangt sind Aber Ist ja egal Als wenn ich jetzt 50 mal 15 Parts habe Oder 20 mal 25 Oder so Ja, keine Ahnung Ist ja auch nicht so wichtig, wie die Zahlen jetzt hier Genau sind Aber So gesehen Ist das ja so Ich weiß ja nicht Also man hört ja mal Kürzere Videos werden Meist zu Ende geguckt Ich weiß nicht, wie das bei mir ist Aber Ja, weiß ich nicht Keine Ahnung Das wäre jetzt schon mal wieder so ein Level, wo man schneiden könnte Ja Eigentlich schon Aber ich mache es jetzt einmal nicht Vielleicht gleich Wollen die jetzt wäre es total dumm, ja Danke Für den Spring So So Zack Gehen wir jetzt einfach so lang Nein Nein So, das habe ich jetzt Das hätten wir schon mal geschafft Das ist ja Jetzt hier auf und Da damit jetzt auch mal nicht das ein Ist ja auch egal Oh shit, ich habe dich doch in Voll übersehen gerade War ich hier eben schon, ja ne Ja, ich glaube schon Ich glaube, das war schon das Oh Mist So Da bin ich eben gestorben Ja Bei dem N Ja Man kann es so betreiben So und jetzt Weiter Ich weiß nicht Ich glaube, man hatte genug Zeit Aber mir fehlt ein Busch da aber auch, ne Ah, da ist er Alles in Ordnung Gut, dass das nicht so schnell aufsteigt Denn dann hätte ich jetzt ein Problem, ja Oh Mann, ne kacken Münze Ich meine, ich kriege schon wieder so viele Münzen Sam hier Ist ja nicht mehr normal hier Das kann man doch keiner zählen, echt Äh, warte mal Zeit Was sagt, was sagt uns die Zeit jetzt? Kritisch, aber wir probieren den Bus Boss Boss Affenaufstand Wer war denn das? Wer war denn das? Das ist die Eule, ne? Macht Sinn Ah ja, aber wieso heißt denn das? Boss Affenaufstand Hehehe, verstehe ich nicht Ist tatsächlich die Eule Die Eule war anstrengend, glaube ich, ne? War die nicht Alter, wie soll ich das jetzt? Ich schaff's nicht Jetzt schon nicht Ich geb auf Ich geb auf Los, gib ihn her, Mann Schnell Zack Und Können wir nicht nochmal werfen jetzt? Ja Hätte wahrscheinlich geklappt Also Gut, vielleicht wäre er nicht so weit geflogen Ich weiß es nicht Aber Ja, es hätte geklappt Auf jeden Fall Es wäre möglich gewesen Oder es ist möglich Das so zu schaffen, würde ich sagen Ja, macht nur Macht nur, macht nur Das würde ja auch nichts viel bringen Ja Das sind sie halt Scheiße Lächerlich Weil er in die falsche Richtung wieder wirft Es ist so unfair Ich hasse es Das ist auch das, was am längsten dauert Diese blöden Federn Dann macht ihr die Eier Den hässlichen Vögeln Nein Jägerlich Ja Das war's für heute. 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 Und ciao.